Hallo Kinder, grüß euch. Wir wünschen euch einen herrlichen Herbst. Genau. Ja, was gibt's da zu machen? Das ist schön, der Herbst, die Blätter fallen, alles ist so regnerisch. Man sitzt am liebsten zu Hause. Aber wir wollen euch ein bisschen Mut machen, rauszugehen und eure Laternen anzuzünden. Genau. Und dann einen schönen Laternenumzug mitzumachen. Ja, zum Beispiel mit dem Papa an der Hand. Oder der Mama. Ja, unsere Lichter leuchten. Das Lied könnt ihr euch gleich anhören. Das machen wir für euch. Und dann wünschen wir euch alles Gute und viel Spaß dabei. Genau. Wir hören jetzt auf, sonst kriegt Daniel, kann auch noch einen Herbst anfallen. Ein Lied für den Herbst, ein Lied für die Zeit, wenn wir mit den Laternen in der Dunkelheit laufen und leuchten und zeigen, dass es überall keine helle Lichter gibt. Am Himmel die Sterne, hier unten sind wir. Unsere Lichter leuchten, 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 komm doch mit, wir gehen alle raus. Unsere Lichter leuchten, 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 komm in die Dunkelheit hinaus. Unsere Lichter leuchten, 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 komm in die Dunkelheit hinaus. Unsere Lichter leuchten, 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 komm doch mit, wir gehen alle raus. Unsere Lichter leuchten, 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 komm mit in die Dunkelheit hinaus. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit.